Ich bin der Maximilian Ritter und ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei Hermos. Meine Aufgaben sind das Bauen von industriellen Schaltschränken. Das geht hin vom Aufbau und Einbau mechanischer Baugruppen bis hin zum Vertrahten der einzelnen Komponenten. Zu einem, weil es ein zukunftsorientierter Beruf ist, weil Technik natürlich immer wichtiger wird und einfach, weil es mir Spaß macht und ich mich für den Beruf einfach interessiere, für die Elektrotechnik allgemein. Da wir immer im Team arbeiten, sind natürlich immer viele Kollegen da, die einen unterstützen und auch helfen. Und wir haben hier einfach viel Platz zum Arbeiten und moderne Maschinen, die uns dabei auch unterstützen. Einfach, weil ich es gut finde, dass wir Azubis zusammen in der Ausbildungsgruppe sind und dort zusammen arbeiten und auch geregelte Arbeitszeiten haben. Und man nach erfolgreicher Ausbildung hier dann auch übernommen wird und viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten hier bei Hermos hat. Wenn du gerne im Team arbeitest, handwerklich geschickt bist und Interesse an den Beruf zeigst. GAY-ZIEK 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 Untertitelung des ZDF, 2020